In diesem Video geht es um Vulkan. Ich erzähle dir alles über den Gott des Feuers und seine besonderen Eigenschaften. Vulkan ist eine Figur in der römischen Mythologie. Er ist bekannt als der Gott des Feuers, der Schmiedekunst und der Vulkanologie. Er ist der Sohn von Jupiter und Juno, dem König und der Königin der Götter. Vulkan hat viele Brüder und Schwestern, darunter Mars, der Gott des Krieges, und Minerva, die Göttin der Weisheit und der Künste. Vulkan wird oft als talentierter Schmied dargestellt. Er hat eine besondere Fähigkeit, wunderschöne und mächtige Werkzeuge, Waffen und Schmuck herzustellen. Diese Objekte sind oft mit magischen Kräften ausgestattet. Einige der bekanntesten Werke Vulkans sind das Schild des Aeneas und der magische Gürtel der Venus. Vulkan wird oft in einer Schmiede dargestellt, die sich unter einem Vulkan befindet. Die Hitze und das Feuer des Vulkans ermöglichen es ihm, mit Metallen zu arbeiten und seine einzigartigen Kreationen zu schaffen. Vulkan ist nicht nur der Gott der Schmiedekunst, sondern auch der Gott des Feuers. Feuer wird oft als mächtiges und gefährliches Element angesehen und Vulkan wird manchmal dargestellt, wie er dieses Element beherrscht und kontrolliert. Obwohl er das Feuer kontrollieren kann, ist Vulkan auch bekannt für seine Beziehung zu Vulkanen. Vulkanische Aktivitäten, wie zum Beispiel ein Vulkanausbruch, werden oft als Zeichen von Vulcans Zorn oder Unzufriedenheit interpretiert. Es gibt viele Legenden und Geschichten, die sich um Vulkan drehen. Eine dieser Legenden erzählt von seiner Geburt. Juno, seine Mutter, war so entsetzt von seinem Aussehen bei der Geburt, dass sie ihn von den himmlischen Bergen, den Olymp, hinunterwarf. Vulkan fiel einen ganzen Tag und eine ganze Nacht, bevor er schließlich im Meer landete. Durch den Fall wurde er lahm. Eine andere bekannte Geschichte handelt von Vulcans Ehe mit Venus, der Göttin der Liebe und der Schönheit. Venus war jedoch nicht treu und hatte eine Affäre mit Mars, dem Gott des Krieges. Vulkan entdeckte ihre Untreue und schmiedete ein Netz aus unterbrechlichem Metall, um sie beide zu fangen und ihre Untreue öffentlich zu machen. Obwohl die römische Mythologie alt ist, hat Vulkan immer noch Einfluss auf unsere moderne Kultur. Der Begriff Vulkan für einen Berg, der Lava und Asche ausspuckt, kommt von Vulcans Namen. In der Wissenschaft, besonders in der Geologie und Vulkanologie, wird sein Name oft benutzt. Auch in Kunst und Literatur wird Vulkan oft erwähnt und dargestellt. Mit Denise Ald defend Jörg hotel Wir haben mich beherren, wenn wir uns keine Managerinnen zum geometryben haben in es Vielen Dank.